Musik Mein Name ist Martin Essel. Ich leite seit über 20 Jahren die Disposition in der Firma PASS. Ich bin zuständig für sämtliche Teile ab Serienstatus bis zum Versand, bis zum Eintreffen des Kunden. Wir sind ein Familienunternehmen, 1920 gegründet, seit 1950 Automobilzulieferer. Wir beliefern alle großen OEMs wie VW, Audi, Skoda, Seat und auch die kleineren Sportwagenschmieden wie Aston Martin, Lamborghini, Bentley oder Porsche. Unsere Hauptproduktgruppen sind eigentlich Kühlwasserleitungen, Bremskraftverstärkerleitungen, andere Verschlauchungen, Unterdrucksteuerungssysteme. So, das ist unser Hauptgeschäft. Wir haben uns für eine mobile Lagerlösung entschieden, weil wir unsere Abläufe aufgrund des enormen Warenstroms, den wir zu verzeichnen haben, effektiver gestalten müssen. Wir brauchen dokumentierbare Abläufe, die unser ERP-System nicht hergibt. Und wir müssen sehr schnell und flexibel auf die Anforderungen unserer Automotive-Kunden reagieren können. Mein Name ist Christos Parasidis, bin 41 Jahre alt, bin fast 15 Jahre hier in der Firma dabei und bin hier stellvertretender Versandleiter. Unsere großen Herausforderungen sind das tägliche Einladen von Waren, die wir aus unseren Produktionsstätten bekommen. Wir sind mittlerweile das Drehkreuz für unsere weltweiten Kunden. Wir müssen relativ schnell die Ware, die wir hier bekommen, auch umschlagen. Wir sind auch in den letzten Jahren sehr viel gewachsen. Darum haben wir auch bedeutend mehr Volumen zu bekommen, was wir handeln müssen. Dementsprechend brauchen wir eine mobile Lagerlösung. Mein Name ist Thomas Teda. Ich arbeite seit 15 Jahren als IT-Leiter bei Paas und bin unter anderem dafür zuständig, dass Dienste, die wir den Benutzern zur Verfügung stellen, zuverlässig laufen. In Mobile haben wir ausgewählt, vor allem deswegen, weil es mit unserem ERP-System sehr verwachsen ist. Und das versprach vor allem eine unheimlich hohe Performance und einen Ansprechpartner, der sich mit beiden Systemen ausgibt. Wir konnten in den letzten zwölf Jahren viele Prozesse verbessern, dank L-Mobile. Gerade ein Hauptthema ist, beim Wareneingang können wir eine Palette mit vielen, vielen KLTs gleichzeitig erfassen. Dieses erleichtert uns ungemein die Arbeit. Gerade hinsichtlich des hohen Wareneingangs, den wir hier haben. So sind unsere Kollegen relativ schnell fertig und können dann zügig zur Kommissionierung übergehen. Unsere Top-Vorteile sind zum Ersten, wir sind völlig fehlerfrei. Es gibt also keine nachweisbaren Fehler, die irgendwo in dem Scan-Prozess passiert sind. Der zweite Vorteil ist, wir sind super schnell. Wir haben früher die ganzen Lagerbewegungen manuell gemanagt, das geht überhaupt nicht mehr. Und heute der Prozess ist derartig schnell, das ist also wirklich gut. Und das dritte ist, Sie wissen vielleicht im Automotive-Bereich, wird sehr streng gehandelt, wenn Sie irgendwelche Fehler machen. Das heißt, Sie verschicken einen elektronischen Lieferschein und die Daten sind nicht korrekt. Das passiert bei uns so gut wie gar nicht mehr. Wir haben hier Mobile ausgesucht, weil wir jemanden benötigt haben, der uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützt, der uns hilft. Und gerade für die Flexibilität, die wir benötigen, auch ein relativ schneller und unkomplizierter Ansprechpartner ist. Der größte Vorteil aus Sicht der IT besteht darin, dass das System sehr transparent ist, auch die Schnittstallation zum ERP-System. Man kann die Buchungen einzeln sehen, man kann sie nachvollziehen, wie sie entstanden sind, wann sie entstanden sind, auf welche Art und Weise. Man könnte sie im Fehlerfall auch korrigieren und diese Nachvollziehbarkeit ist sehr wichtig bei sehr vielen Fragen, die sich immer zur Laufzeit des Geschäfts stellen.